Guten Morgen, wir haben gestern den Müll vor die Tür gestellt und jetzt ist sie überall am Balkon verteilt. Tabea hat es jetzt schon zusammen hier geräumt. Hey! Ich dachte, Gloria! Die Emma fühlt sich nicht so fit, die Phoebe ist fit wie ein Tonsch. Ich bin immer in so schrecklichen Situationen. Sie hat mich überrascht. Hier ist Phoebe. Oh, Phoebe ist eigentlich nicht. Ja, Gloria! Hier ist Phoebe's Beautyblender und der ist einfach schon krustig. Hol ihn mal raus. Das ist einfach nur Blush, was da ein bisschen oben klebt hinten. Der ist krustig. Zeig mal her unser cooles. Danke, Gloria, dass du so toll bist. Dass du so toll und... Ich mache euch ein Schild für unser Zimmer, Leute. Das coole Haus. Ja! Ja. Ich mache euch ein Schild. Hei, guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Let's go! Yeah! Session! Ey, kein Schicker! Was? Wenn man es nicht steht, ist es scheiße geil, aber wenn man es nicht genießen, ist es nicht egal. G6 Sprites! Giants, let's go! Yeah! Die Lea hat mir voll in die Tasche gekauft, auch hier rum. Ich habe gerade eine Birne und ich habe einen Lockenwickler drin und die Lea macht auch einen Vlog. Und hier ist die Emma, total gestresst, weil sie ihre Haare glätzt. Aber ich habe den Glänzen von der Tasche bekommen, leider kommt es. 31? Äh, die Fenja und ich sind komplett... Wir müssen hier kurz sagen, das Vegan-Essen ist hier viel besser als unser Schmarrn. Snacks? Ist es warm? Nein. Oh, das war jetzt. Und, ähm, das ist der Snaps, Soda-Börner, irgendwas mit Linsen. Das ist so lecker, Ju. Ju, das ist... Weil ich das weiß. Aha! 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 Wer fährt uns diese EM ein? Besser kann es nicht sein. Und solange euer Tierherr versteuert, wird das doch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor euch liegt, was es ein Hit X für euch gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint. So schön! Auf diese Zeit! Auf diese Zeit! Auf diese Zeit! Ein Hoch auf uns! Uns! Auf diese EM! Und jetzt alle! One last time! Wir haben gerade Fiers unser Lied präsentiert. Und jetzt passiert irgendwas anderes. Wir übernehmen heute das Leben, die anderen stehen nur blöd daneben. Liebe G6 Pride, schön, dass ihr hier seid. Neues Level, kein Problem. Wir wussten nicht, dass wir euch in Oslo sehen. Egal ob in Kratz oder wie, bei dieser Europawasserschaft sind wir ein Team. Für unsere Gans und euren Wur. Wuuuuh! Also fliegt vor der ganze Show! Was ihr schon geschafft habt, ist wirklich gut. Da verziehen wir unseren Wur. Wuuuuh! Wir sind früh, ihr seid blau. Das sind Farbe. Die Hitze! Das ist ganz genau! Und jetzt probieren wir den Blueberry Muffin. Den habe ich noch gar nicht gekostet. Ich probiere. Das ist so auf mir. Mhm. Gefällt mir. Aber ich finde den Schuppermuffin besser. Die Halle ist echt cool. Cooler Socken, ja. Zeig die Show auf den Socken. Hast du mir auf Socken an? Ich, das ist gut. Das ist für mich verraten. Aber was bringen sich diese Socken, bitte? Ich würde sie nicht verraten. Ja, nehm ich dir mal den Hautfarbeton in dieser Hautfarbeton für Socken. Doch ist es! Wo ist das? Du bist weites, okayes Braun. So now, with that, I declare the 2024 ICU European Cheerleading Championships open. Good luck everyone! Ja, und bei mir ist eine Stelle am Fuß. Ciao! Ah, oh mein Gott! Wir haben eine Jacke bestellt für eine Slim, so Range Rover Mom. Und hinten steht dann Giant Pro und da steht dann Glove. Wie cool! Hey Lia, schönes Winter! Alles Roger? Nein, weil du nervst heute. Ich würde euch einen Tipp ans Herz legen. Der Tipp ist, alle folgen und Gloria ist die allercoolste. Wir machen gerade Fotos. Also wir haben Teamfotos gemacht. Boah, jetzt schaue ich blind aus. Wir haben jetzt Teamfotos gemacht, dann machen wir einfach so. Und dann Gruppenfotos. Ja, Janine! Safety first! Ja, ein Vorwärtsbogen will ich nicht machen. Ja, ein Vorwärtsbogen will ich nicht machen. Ja, jetzt! Ja, jetzt! Ja, ihr Puppies! Ja, ihr Puppies! Ja, ihr Puppies! Nein! Yes! Ja! Ja, ihr Puppies! Ja, ihr Puppies! Ja, ihr Puppies! Dann habt ihr einen Traum! Ja, ihrcker! Ja! Ja, ihr Puppies! Das ist dann so... Oh, das ist so sauber. Hm. Das sieht aus wie ein Smogel. Ich hab grad... Geil. Wow, jetzt geht auch noch der Wind! Oh! Ich lebe überall! Ich liebe meinen Sachen! I am from Austria! Ich habe eine Kluppe bekommen mit Gold und Hit und die Chlori schaut so Oh mein Gott, I love you! Das ist die Chlori! Have fun shit eigentlich! Ist dabei! Da ist irgendeine chemische Substance. Das du mal direkt mal wegdrucksen! Eigentlich können wir die Lara fragen, was sie macht. Oh mein Gott, ich fang! Ist ein Feststock, der hier auskristallisiert ist. Vielleicht gibt es auch eine mutige Person, die das kosten möchte. Gibt sie nicht! Ich opfer mich! Aber du erstes ist getötet! Schläckst du drüber einfach? Schläckst du dich? Ich würde mal zugeriechen zuerst. Das habe ich schon, riecht natural! Riecht's natural! Tastes! Wenn ich nachher tot bin, dann... Wir wissen nicht was es ist! Seife, oder? Mein Koch... Ist das Seife? Seife! Ich fühle mir jetzt Claris Reaktion auf irgendwas, was... Warte, dann heil ich! Warte... Die haben... Guck! Ah... Warte... Ich hör mal. Ich bin ein Geschocker... Ich bin ein Geschocker, und ich habe ganz, ganz viel Liebe und Freude, dass du wieder da bist. Bussi, Mama... Hallo Gloria. Ich liebe Chini. Ich habe dich... Willst du dir die Masa? Tschau. Nein, komm zu. Komm nicht zu. Oh mein Gott, Selma war's. Wir haben uns jetzt Essen geholt, es gibt so Händel, Mundreis. Nice. Ich hab Salz gegessen. Ich auch. Nein, das ist nicht mehr lustig. Oh, jetzt hat sie lieber mein Gesicht sortiert. Habe ich sie ganz alleine? Nein, nein, nein. Oh Emma, du schaust das. Zeig, zeig, zeig. Ja, beste Mainbase. Ganz beste U, ganz beste U. Ich will immer einen Klatsch. Wow, Leute, Vorsicht. Nein, mit mich in den Busch, Leute. Das ist echt ekelhaft. Oh mein Gott. Aufgesprungen. Das muss ich jetzt anschauen. Gloria, was ist dein Statement dazu? Ich bin auf die Steine gefallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Emma, das ist ein altes Blatt. Ein Blatt. Da ist die Emma durchgeblüht. Schau. Oh mein Gott. Das steht hier. Das ist cool. Kann ich auch Hi sagen? Hi. Und die ganzen Friends. You smile. Ich bin froh, wenn Dienstag ist und ich bin wieder daheim. Hast du keine plus 5? Nein. Aber es gibt doch keine. 15. 15. Zwei Schifte. Ja, andere jetzt. Ja, welche Vorgaben haben wir? Siehst du? R-E-M. Ja. Bin ich bei den Tieferei? Ja. Bin ich dich? Ja. Skill. Du bist gar nichts. Du bist kein Wort. Und ich bin kein Wort. Ich schwör, ich dachte, bei mir steht Slay oben. Aber egal. Bin ich da Blut? Nein. Die Emma und ich gehen jetzt aufs Dach von dem anderen Haus. Wir brechen ein. Ja. Es ist so schön. Es ist echt schön. Bei sich ist mein Fusserfang knapp vom Unterfall. Ich will wen von uns sehen und rufen. Aber ist leider keiner da. Emma, lass mich rein lieber. Auf der Kamera schaut es noch schlimmer aus. Ja, okay, Leute. Schau, ich bin ein Krebs. Sonnenbrand. Und wenn es morgen nicht weg ist, weil ich habe mich angeschmiert, dann tritt dich nicht auf. Mama. Ihr habt es jetzt schwarz auf was? Hallo. 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 Hey, Anna. Oh mein Gott. Wir sind auch bei Tifa. Hallo. Hey. Jetzt kriegen wir eine gute Nacht Geschichte. Ja. Ich habe mein Gesicht mit Aftersand eingeschmiert. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Das ist extra für die Lilly. Ohi. Der ist schwer zum zu messen. Das ist so ekelhaft. Ich weiß nicht, wie hat das passiert. Oh, es geht nicht richtig. Ey. Das Video wird monetarisiert. Das Video wird unterhalten. Ich bin ja im Spanien. Oh, es geht nicht. Oh, es geht nicht. Du bist nicht mal EU West. Nicht? Nicht herz? Ohne... Westen ist... Es ist so »Spanien«. Nein. EU West ist so, wo wir sind einfach. Geografie. Du hast in Geografie maturiert. Nur Fake. Was ist hier los? Ich war mit dem roten Schiff. Nichts geht ohne sie. Der Schiff muss bitte mehr hochhalten. Wie haben Sie die Grenze? Wie haben Sie die Grenze? Bitte fahrzeh mal hochhalten. Hey! Sophie Official Appearance im Vlog. Wie war dein Flug? Die Landung war wild. Oh meine Haare, die Haare sind noch wilder. Das machst du jetzt? Ich habe das alles gemacht. Mit der Phoebe. Wir haben das alles selber gestaltet. Wir sind auch auf dem Spruch dran. Es ist in eurer Routine. Ja, aber wir haben es doch beschränkt. Wisst ihr wer das zu waren? Ja. Echt? Ja. Nein, nein, nein. Ich habe nur eine Idee für den Spruch zu gehen. Keine Ahnung. Sie sind rein grün. Ich habe nur eine Idee für den Spruch. Ich habe nur eine Idee für die Spruch. Vielen Dank.